Hallo, hallo, hast du irgendeinen Plan? Hast du, hast du irgendeine Idee, einen Plan oder so? Ich bin ehrlich, ich gehe immer komplett mit dem Schienbein von der Seite, mit dem Knie rein, einfach irgendwas. Same, same, same. Scene City, Xehan City. Keine Laulist. Und Anfänger freundlich, das ist doch gut, wir sind doch Anfänger, oder? Ja, ich mache zwischendurch ein bisschen RP, aber halt nicht viel. Wir sind Anfänger. Oh, geil, ich komme drauf. Oh nein. Du bist direkt mitgenommen, oder? Ey, ich habe sonst, nee. Oh, man hört dich, oh nein, man hört dich auch IC. Echt? Ja, Jungs, was läuft, man? GTA-RP und so. Bist du der Glatzkopf? Nee, ich bin der Pommeskopf. Und bevor die Scheiße jetzt richtig dampft, abonniert gerne meinen Kanal. Oh, ich glaube, da wurde einer erkannt. Ey, weißt du was? Ja, ja. Ich hatte gerade direkt einen Atmen mitgeholt, der kennt meinen Steam-Namen. Lol, Junge, was ist das denn? Aber der gibt mir seine, warte, ich komme wieder, der gibt mir seine Login-Daten. Wie geil ist das denn? Ja, warte, ich komme jetzt sofort zu dir, ja? Ja, ja, geil. Ja. Ja, hi, was geht? Hallo. Ich warte noch auf meinen Kollegen. Ich warte noch auf meinen Kollegen. Achso, die wollen mit deinen Kollegen zusammen einreisen? Genau, der müsste gleich kommen. Ja, der kommt vielleicht, das dauert noch. Dauert noch. Ja, ja, deswegen kannst du mich ruhig erstmal hier lassen. Bist du auf Start, Stefan? Ja, ja. Sehr schön. Okay, dann machen wir gleich zusammen die Einreise, ja? Äh, ja, gleich. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen. Alles gut. Lass mich mal los, was willst du von mir, ja? Das Support-Gespräch dann am Ende, keine Ahnung. Quanto, so könntest du eventuell gutes Feedback für mich da lassen. Alles klar, Raphael. Alles klar. Und jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Genau. Ja, ja, alles gut. Lass mich bitte in Ruhe. Alles gut. Also, ich bekomme jetzt einen Account. Geil, ja. Der gibt mir auch TX-Admin und dann können wir die Supporter auch wegbannen und so. Geil. Die haben das anscheinend nicht restricted, dass du keine höheren wegbannen kannst. Ey, das wäre so lustig. Ach, Junge, hier ist so ein Supporter bei mir, der will unbedingt, dass ich bei ihm die Einreise mache. Ich weiß nicht, er klebt mir am Arsch die ganze Zeit und sagt, ja, willst du jetzt einreisen? Ich hol den. Ja, ja, ja. Ich hol dich. Direkt weg, Mann, den Typen. Ich spann den, ich spann den. Wie heißt der? Weißt du, wie der heißt? Raphael, sagt der heißt er. Vielleicht heißt der Ingame auch so. Okay, 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 okay. Ich guck mal. Oder soll ich ihn mal fragen? Frag mal, wie sein Steam-Name heißt. Äh, Raphael? Ja. Wie, wie sieht's mit deinem Steam-Namen aus? Also, damit ich schreibe, ich schreibe Raphael und dann deinen Steam-Namen. Ja, ja. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht. Also, ne, einfach nur mich erwähnen und danach, ich, das passt. Okay. Aber was ist dein Steam-Name? Vielleicht kann man ja mal zocken. Äh, XD Raphael auch. Ach, okay, er heißt auch Raphael. XD Raphael oder so. Ich spann den jetzt. Willst du noch was sagen? Ja, dann hau rein, Raphael. Ich mag dich nicht. Geil! Wir können einfach alle Spieler wegbannen, die uns dumm kommen. Vor allem das... Äh, Raphael ist wieder da. Fuck. Oh, 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 oh. Äh, ja, hallo? Oder warum bannst du mich weg? Du heißt Ass, ja? Ja, ja, ich heiß Ass. Das ist gut. Ich nehm dich jetzt mit. So. Yes, Sir. Geil. Yo, ey. Verweigert ihr gerade euer RP oder was macht ihr da, Jungs? Was soll denn der Scheiß? Ey, Jungs, was macht ihr da? Warum, warum lauft ihr weg von mir? Dir? Ja. Warum? Wer läuft von dir weg? Du? Wie heißt du, Bro? Ich war Dima. Dima? Achso, bist... Oh. Hast du da jemanden im Kofferraum, Dima? Oder wie muss ich das verstehen? Nein, nein, warum? Hast du das gerade nicht gehört? Nein, was läuft? So ein komisches Stöhngeräusch. Ich hör mal durch den, äh, durch der ganzen, durch der ganzen Start, Alter. Das ist doch irregeil, oder nicht? Fun-Gaming einfach. Ja, jetzt mach doch mal dein Soundboard aus. Das ist auch nicht lustig, weißt du? Ich bin das nicht. Ah, okay. Ich schwöre, ich bin das nicht. Also, nicht wundern, das ist ein bisschen RP, was wir hier machen, deswegen. Ja, ist ja alles wieder gut, siehst du ja. Aber ich müsste dann auch nochmal einmal kurz mit dir RP machen, wenn du nichts dagegen hast. Äh, was geht? Ich hab nur ein bisschen RP gemacht mit ihm. Mit dir muss ich auch ein bisschen RP machen. Ey, soll ich machen? Ich geh zu Leuten im Auto, twerk die an und dann schießt du die weg, während ich twerke, weißt du? Äh, im Vanish, oder was? Ja, ja. Hier von, die jetzt kommen. Ah, Jungs, Jungs. Oh, shit. Oh, shit. Ey, Jungs. Ey, was soll das? Passt mal auf, yo. Nein. Passt mal auf. Ey, macht's euch was aus, wenn ich kurz übelgeil am twerken bin und ihr währenddessen ober-mega-affen-titten-mega-geil weggeschossen werdet? Also, never, als wo ich dich treffe. Voll geil. Brr. Ober-mega-affen-titten-mega-geil. Niemals. Das war schon geil, muss man sagen. Ey, Jungs, sorry, aber das Auto müssen wir kurz borgen einmal. Das ist ganz wichtig, wirklich. Für dich doch immer, für dich immer. Wir brauchen das Auto. Nein, nicht du auch noch. Ach, die Armen. Ja, das tat mir auch ein bisschen leid. Die waren sogar, die fanden es sogar am Ende noch ein bisschen geil. Weißt du, was wir auch machen könnten? Ja, rau raus, rau raus. Ich geh zum Einreiseband und tu so, als wenn ich einreisen will und dann sage ich, ach, halt, Small fick dich und dann bandt er mich weg, weißt du? So mäßig nicht bestanden. Du entbandst mich, komm nochmal drauf, yo, moin. Und dann sag ich einfach nochmal genau das Gleiche. Easy, 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 mach mehr, mach mehr. Immer dasselbe, immer dasselbe wiederholen. Ja, okay. Hm, okay, warte, ich such gerade Einreiseband. Ja, aber warte auf mich, warte noch. Ich bin der im blauen Pullover hier vorne, siehst du? Ah ja, okay, ja, easy, easy, let's go. Yo, kann man hier auf dem verficktschlechten Server irgendwo Trolling machen? Weil ich finde den Server kacke. Ich wollte hier ein bisschen rumtrollen. Geht das fit? Also, wenn das okay ist, also jetzt rein RP-technisch. Fick dich, so, vom Ding her, weißt du. Raphael, sieben Tage Trolling, okay, ey, Nummer eins, Nummer eins haben wir schon mal. Geil. Ja, ich entpann dich da mal, ne? Yes, sir, ich restarte einmal. Let's go. Oh mein Gott, ich muss wegrennen vor Raphael. Oh mein Gott, irgendeiner erkennt mich und fuckt mich ab. Wie heißt der, wie heißt der? Ey, bro, warte, warte, ey, bro, kenn ich dich? Nee. Warte, wie ist dein Steam-Name? Alexi TV. Alexi TV, ey, Bruder, doch, ich kenn dich, ich schwöre sogar. Nee, nee. Alexi TV, doch. Nee, nee, nee. Alexi TV, doch, das sagt mir was, Alexi TV. Genau, voll geil. Der macht hier erstmal so schnell kein RP mehr. So, ich seh dich, ich seh dich, let's go. Okay, ja, warte. Dann kann losgehen. Siehst du Raphael auch? Ja, hier vorne, im grünen Adminanzug. Jetzt im Weiß, der mit dem weißen Hoodie. Äh, yo, kann man hier irgendwo verficktes RP machen auf diesem Scheiß-Server? Kommst du witzig gehen? Ey, warte mal, ja, war's. Kann ich hier irgendwo RP machen? Auf dem überaus schlechten Server? Warum? Also trollen. Ich will trollen und so, keine Ahnung. Warum bist du jetzt so, Chef? Warst du davon noch korrekt? Oder, ich mach doch nur RP. Du machst RP. Ja. Du machst RP. Ja, also Trolling mach ich halt. Du machst Trolling. Mhm. Bist du lustig? Ja. Jason macht das so. Richtig. Du bist echt verdammt lustig. Du, was? Ey, Bro, band ihn weg, ja. Der farscht dich. Er redet eigentlich mit dir grad Glatze, ganz ehrlich. Das machen wir mal. Richtig. Der Server ist halt verflucht schlecht, weißt du? So, guck mal, was der sagt. Okay, Runde zwei. Troller, Raphael, sieben Tage. Geil. Kein Problem. Seid aktualisieren. Entbannt. Geil. Ja, der redet schon. Der hat so, Jason, mach du das mal. Mach du das mal. Bist du Jason? Ja, ja, ich hab mich gemacht wie der Server-Owner und der ist gerade offline, deswegen. Ach, lol. Wie smart. Ja, ja, 500 IQ. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, beim dritten Mal, okay. Das wird geil jetzt. Ja, warten sie auf mich. Stopp, stopp. Ich möchte Zeit haben an ihrer Erfahrung. Vorne steht er wieder. Der macht jetzt Einreisen wieder. Ey, kann man auf diesem beschissenen, scheißdreckigen, kack, scheißdreckigen Scheiß-Server irgendwo RP machen? Oder willst du mich irgendwie... Oder irgendwie Throning? Also kann man hier... Das ist richtig lustig, aber... Aber ich mach... Bruder, kann man hier denn... Ich will doch nur RP machen, wo ist das Problem? Fick dich, Raphael. Hey, Junge, was geht dir denn ab? Ich will doch einfach nur noch mal reinreisen. Okay, boah. Ey, woher wusste der, dass du Erkan heißt? Hat der Erkan gesagt? Einer hat gesagt, und Erkan ist weg. Schwör? Ja. So ein anderer Typ, nicht er. So ein anderer Typ. Und schon wieder. Mach nochmal dasselbe, das war so gut. Ich muss auch den Satz immer länger machen, irgendwelche Sachen von den Servern. Yo, ich wollte einmal fragen, ganz pauschal, ob man auf dem verfickt, dreckigen, schlechten, kack, verfickt, dreckigen, server irgendwo RP machen kann. Ciao, das wieder dann. Kann man hier auf dem verfickt, dreckigen, schlechten, dreckigen, verfickt, schlechten Server irgendwo RP machen? Also jetzt ganz pauschal so gefragt. Du bist gefickt, Digga. So weißt du was, ja. Bruder, musst du mich eigentlich verarschen, Digga. Ganz ehrlich, Raphael, das, was du da machst, ist kein RP. Ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten, aber mit RP hat das rein gar nichts zu tun. Du gehst mir viel zu dir um den Sack, Bruder. Ich bann dich perma, was willst du? Wie entbannst du dich? Soll ich mich mal umziehen, Stimme verstellen und dann, jo, ich würde gerne einreisen und dann, ja, ja, komm mit. Und dann, ja, kann man denn hier auf dem dreckigen, scheißdreckigen? Auf dem KRI, ja, ja. Ich hatte eine Frage. Willst du mich verarschen? Kann man hier auf dem dreckigen, von den Göttern verdorrenen, schlechten, scheißserver irgendwo RP machen? Ich bin ein bisschen Spaß, Digga. Darf man hier deinen RP machen? Also das war jetzt mal eine Frage, einfach. Ich hatte eine Fresse, ja. Bruder, ich schwolle, ich mochte dich, ne? Du findest das doch selber geil, oder nicht? Ich finde das nicht geil, nein? Was soll ich denn nachher geil finden, Bruder? Okay, reconnect. Quit. Okay, jetzt, 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 quitten, quitten. Easy, easy. Ey, das ist so ein schlechter Server, ich kann take hostage machen. Ist ja gar kein Schwanz mehr, Alter. Ne. Oh, lol, die sind gerade alle gegangen, hier waren gerade noch, ah, ne, hier, hier. Ich seh dir nicht mehr, alles gut. Moin, 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 moin. Jo, was läuft? Wir wollten gerne ein Video hier machen, geht das? Servus, servus. Wir wollten RP hier machen, also RP-Trolling. Ähm, ja, nicht wundern, wir mochten RP-Trolling hier. Deswegen, lass uns einreisen, oh, das knallt. Voll verarscht, das knallt trotzdem. Wie gesagt, wir wollen halt Trolling aufnehmen, hier, in der verfickten Einreise. Die sind verfickte, schlechte, super. GTA RP, kurz. Nicht wundern, ich muss ein bisschen RP machen. Wir würden halt wirklich gerne RP spielen, wenn das geht. Ihr seid ganz lustig. Kannst du ihn mal zu mir tragen, damit ich RP mit ihm machen kann? Ach, hier, du musst ihn zu ihm stellen. Ja, ja, damit ich, ich mach kurz RP mit dir dann, also deswegen. Und das ist irregeil, weißt du? Was hast du gesagt? Ach, wo willst du hin, Kollege? Das ist doch Affen-Mega-Titten-Obergeil. Ey, so geil. Oh mein, er kommt nicht drauf klar. Oh, okay. Au, könntest du mich vielleicht bitte entfreezen? Ja, das wäre korrekt. Entfreeze mich oder spann dich? Ja, ja, ja. Aber vorher, ich mach nochmal geil, schieß es mit dir, ne? Raphael, ich spann dich. Ja, Raphael, geil. Ey, Raphael, ey, ist doch irregeil, Raphael. Oh, Raphael, was geht? Raphael, ey, er ist weg. Oh, mit meinem Mod-Menü kann ich ihn sehen. Komm, jetzt entfreeze uns. Ey, Raphael, was soll der Scheiß? Das ist nicht lustig, was du hier machst. Komm, mach nicht so einen. Oder? Das ist doch nur RP. Ich verstehe dein scheiß Problem nicht. Nimm mal den Stock aus dem Arsch. Kannst du mich verarschen? Das ist doch RP, Junge. Das ist RP. Ey, wir wollen dich als Geisel nehmen und mitnehmen. Warte mal kurz. Ach, der Typ hat doch eine Dreckslatte, ganz ehrlich. Oh, Bann. Modding. Kahn, was soll der Scheiß? Ey, mach jetzt nicht diesen. Ah, ich bin gebannt. Geil. Schönen guten Tag, willkommen, Support. Wie kann ich helfen? Ich würde mich einmal gerne auf diesem verfickt, schlecht, dreckigen, schlechten, verfickten Server entbannen, wenn das geht. Ja, war der Name. Das ist echt eine gute Frage. Wie heiße ich nochmal? Mhm, entbunt. Ich laufe jetzt durch, mach ein bisschen RP. Aber warte, warte, ich komm mit. Wer steht mit auf dem Maul? Ah, ich bin da. Ah, du auch. Jungs, einmal kurz RP-Kontrolle, Jungs. Und das, was ihr macht, ist gar kein RP. Jungs, was geht? Einmal kurz RP. Können wir RP machen auf diesem Dreck-Server? Auf dem dreckigen, schlechten, verfickten, kack, dreckigen Scheiß-Server. Raphael in der stabilen Seitenlage versucht abzuhauen, aber ich mach einmal kurz RP, nicht wundern. Raphael, ist alles gut bei dir? Raphael, hallo. Ach, guck mal Raphael, wo willst du denn hin? Hier kurz den Kollegen mitnehmen. Verpiss dich. Ach Raphael, Mann, du findest das doch irre affengeil, was wir hier gerade machen. Vor allem, es kommt einfach kein Schwanz und hilft ihm. Kurz nochmal den mitnehmen. Raphael, komm, ey, komm jetzt. Raphael, einmal kurz RP. Verpisst euch, Roland, verpisst euch. Wir wissen, dass du uns hörst. Halt an. Ey, da ist noch ein Admin, mit dem ich kurz einmal RP machen müsste. Äh, sind sie Admin? RP? Ja. Bruder, ich muss dir mit jedem Admin kurz RP machen, deswegen wundere dich nicht. Ähm. Ja, hier. Oh, sorry. Jungs, seht ihr euch? Ich geh mal ganz draußen aus der Einreise mit. Ja, ja, warte, Bruder, ich mach nur eben RP mit dir, deswegen. RP mit mir? Was bringst du mich um, Digger? Fick dich. Ja. Wir wollen eigentlich hier. Bruder, RP. Digga, guck mal, ja, nee. Warte, ich hol kurz den YouTuber Cisco hier aus der stabilen Seitenlage raus. Oh, 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 vielen Dank. So, der eine ist weg. Aber mit dir mach ich nochmal RP, Bro, auch wenn du unsichtbar bist. Ja, mach, mach, Bruder, mach. Unsichtbarkeits-RP nennt sich das. Ich wurde permanent gewarnt. Ich mach währenddessen noch RP mit ihm, nicht wundern, der ist unsichtbar und ich mach RP. Und jetzt hab ich nen Sperma-Bahn, okay. Ey, weißt du, wie dieser Raphael heißt? Ich nenn mich wie er auf Steam. Ähm, ja, oh, das wär sogar gut. Vielleicht kommt das System sogar dann durcheinander. Okay, ich bin jetzt wieder drauf. Trotz der Hand mal eben RP, warte. Oh, einer ist bei mir gelandet. Bist du das? Nein, nein, nein. Doch, ich bin Raphael hier. Deswegen, ich mach kurz RP, nicht wundern. Ey, der Raphael, der war Raphael, ist auch ein Modder. Ne, ich mach RP, Bro. Das ist kein Modding. Ja, RP in der Einreise vor allem, ne? Ja. Wo seid ihr? Hat er? Direkt Einreise. Ich spawntrap ihn mal ein bisschen. Raphael, du bekommst deine Rechte entfernt, ne? Nein, nicht. Geil, ey, nein. Wie geil ist dat denn, hör mal, ey. Ja, hallo, hallo, hallo. Raphael kriegt seine Rechte entfernt. Sicher? Ja, weil ich mich so genannt hat wie er, der so, Raphael, du kriegst deine Rechte entfernt. Warte, ich nenn mich jetzt auch einfach so wie diese Admins, die mich die ganze Zeit bannen. Boah, wenn die das Video sehen, ne? Ja, grüße. Ey, es ist nicht dein Name. Äh, ähm, warte ich. Ah, er holt ihn. Raphael, danke nochmal für deinen Account, ne? Voll entspannt. Ich hab keinen Account. Bruder, das war Fail-RP, ne? So, ich hab denen jetzt beiden mal einen Sicherheitsbann gegeben. Wir sollen nochmal drüber nachdenken, wie man sich als Atem verhält und dann geht's weiter. Ey, wir machen nur Spaß, Minaxa. Ja, das ist alles nur RP. Ah, weißt du, was mich interessiert, Digga? Das ist alles nur RP, Minaxa. Wer dir ins Hirngeschissen hat, Digga? Bruder! Das ist nur im Kopf, ja? Das ist nur im Kopf. Bruder, das ist, das ist... Junge im Kopf, ne? Tschüss! Junge, wie weit bist du geflogen? Was war das für geiles RP gerade? Ja, F5 Kleidungsmenü. Warum denn? Die erkenne ich doch an den Klamotten. Nacktgaming. Ah, da unten ist einer. Hallo, Entschuldigung. Ey, das ist doch... Cisco? Junge. Schatz, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, Mr. Weißer. Cisco? Junge, what the... Oh, Jungs, bleibt mal bitte stehen, damit wir hier vernünftiges RP-Rösti machen können. Bruder, das ist RP, chill. Ach, Digga, du Glammeri, oder wie du heißt, Wallah. Glenmeier? Ja, Glenmeier. Glenmeier. Herr Kubotow. Glammire! Ja, ja. Ja, ja. Glammire! Junge! Wir müssen schnell hier weg. Entschuldigung, der Herr. Ja, guten Tag. Haben Sie eine hohe Rolle hier, also beim PD? Ach, du bist ja wieder. Äh, warte. Oh, oh, shit! Keine Sorge, ich mach Bucke-Busing. Also, ja, ich mach eben Bucke-Busing. Der eine klebt hier unten an meinem Fuß und macht RP mit mir. Steck ein, steck ein, schnell, steck ein, 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 steck ein. Oh, shit! Ein bisschen RP muss doch sein. Oh, der Typ klebt noch an uns und macht ein bisschen RP. Ich glaub, wir müssen Paco loswerden. Yo, sorry Paco, warte. Du carrierst den? Nee, komm, mit nehm ich müde. Ich glaub, wir fahren einfach einmal durch den Park, oder? Mh, Würfe Park, ja. Ah, easy, ne? Entschuldigung, stopp, könnten Sie kurz anhalten? Ja, natürlich, ich halt an, was ist denn los, der Herr? Oh, okay. Was hab ich falsch gemacht? Hab ich ein admin, rdm, oder was? Oh, nee. Äh, ich hab dich jetzt einmal hier kurz und mach kurz RP mit dir, deswegen. Voll geiles Auto. Oh, shit. Oh mein Gott, shit is about to get geil, egal. Egal, was ich verarschen. Denkst du bist lustig? Oder? Du bist lustig. RP-Kontrolle. Einmal bitte stehen bleiben. Was passiert, Admins? Die Admins kommen nicht drauf klar, was sie für eine pervers, eklige Latte haben. Ah, widerlich. Jungs, kommt mal vor Wülfpack, das noch ein Wort an, ne? Ich mach grad Gaming nicht, wundern Jungs. Junge, der hat Supporter getötet. Der hat einfach so... Äh, admin, kannst du nicht aufstehen? Oder was ist dein Problem? Gleckmeyer, Digga, das ist Gleckmeyer. Geil. Boah, Jungs, einmal, einmal, einmal durchrennen durch die Olga hier. Einmal geil, RP. Das ist der schlechteste Server, auf dem man RP macht. Oh, Jungs, was geht ab? Ey, warte, ich mach kurz RP mit dem Admin hier. Nein, mach nicht, halt auch. Oh, Bruder, RP. Bah, ein Dreißiger. Aber egal, ich kann weiter RP machen, weil das Server so schlecht ist, dass man hier tot auch RP machen kann. So, angegangen. Okay, ich bin weg, Bro. Hat er dich erwischt? Ja, ich bin weg, aber...